Ja, wie ging mir das Level nochmal am besten an? Ähm, okay, ah, okay. Achso, ihr hättet auch gleich sagen können, dass ich da nicht hoch kann. Keine Ahnung, wo es wohin ging, aber egal. So, hier ist auch SeaCard Tutorial, äh, Territorial, Territorium, the fuck. Ah, Geld, water. Macht viel Spaß, das hier zu machen, wenn es vielleicht nicht danach aussieht, wenn ihr gar nichts seht. Hammer. Hm. Ich bin ein bisschen aus den Tasten gekommen, ich wollte nämlich erst losfliegen. Oh, mein Gott. Ich bin ein bisschen aus dem Weg. Oh, mein Gott. Ich bin ein bisschen dumm mit der Kamera. Aber es ist machbar. Okay. Oh. Ich bin sehr gut. Okay, dass du nicht mehr Schaden gemacht hast. Das ist aber nett. Das ist doch geil, die Musik irgendwie. Ich bin ein bisschen aus dem Weg. Ich bin ein bisschen aus dem Weg. Ich bin ein bisschen aus dem Weg. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Weg. Ihr hört den Sound von Speck auch nur nach rechts, oder? Weil der Gadget-Sound kommt von geradeaus. Das ist wirklich seltsam. Die müssen übersehen, aber egal. Oh, Vorschlag, keinmal. Ja, ich will hier bitte rüberkommen, ach, vielen Dank. Wie gütig. So, jetzt müssen wir hier oben irgendetwas aktivieren. Der den Hebel da. Und so. Oh no. Hui. Das war GG. Weiter geht's. Hier wurden also diese Deckel für die Tuben voller Tomatenmark gemacht. Ne, ich mein natürlich die Affenhelme. Und was sieht mir das so gleich aus? Oh, ich weiß nicht mehr wie das geht. Ich weiß echt nicht mehr wie das geht. Oh. Na, das war so aber nicht. Nicht geplant, ne? Ja. Dasselche instlicke ist.